Heute befinden wir uns auf einer ganz besonderen Baustelle. Warum? Wir schauen uns heute mal ein Architektenhaus in Fertigbauweise an. Ich habe ja schon erzählt, dass es manche Unternehmen gibt, die produzieren eher auf Masse und es gibt auch viele, die frei planen. Hier haben wir jetzt mal ein Unternehmen, das frei plant und hier haben wir auch so ein besonderes Bauvorhaben. Warum? Hier konnten sich die Bauern relativ frei entfalten und hatten auch ein ordentliches Budget. Wir sehen jetzt im Hintergrund ein Haus mit zwei Stockwerken, also einmal Erdgeschoss und Dachgeschoss und oben nochmal zusätzlich ein Staffelgeschoss, wo also praktisch der zweite Stock ein bisschen eingerückt ist, damit man oben rund um eine Dachterrasse hat. Also es ist richtig super gut geworden und wir haben auch noch einen Fertigkeller, der innerhalb von drei Tagen gestellt wurde. Und das schauen wir jetzt im Detail mal an. Ich glaube, wir werden auch heute, weil der Anbieter relativ hochwertig ist, nicht ganz so viele Mängel finden, aber dafür haben wir vielleicht ein paar schöne Eindrücke, die euch vielleicht beim Planen oder beim Einrichten des Hauses auch noch ein bisschen weiterbringen. Wir befinden uns jetzt im Innenbereich des Architektenhauses in Fertigbauweise und hier möchte ich gleich auf das erste Detail hinweisen. Wir haben hier die neue Türhöhe angenommen, da hat der Architekt also richtig Gas gegeben, wobei es jetzt nicht so hoch wirkt, wie es erst mal wirkt. Warum? Wir haben ja später noch einen Fußbodenaufbau von ungefähr 17 bis 18 Zentimeter. Das heißt, ein bisschen Höhe geht noch verloren, man hat aber trotzdem die größeren Türen und damit mehr Offenheit und mehr Weite. Und jetzt sieht man im Hintergrund schon ganz viel Glas, also in diesem Bereich kommt dann die Sauna rein und hier kann man dann entsprechend den Blick genießen und kann gleichzeitig saunieren und einen schönen Ausblick haben. Wie bei allen ROPA-Kontrollen ist es super wichtig zu gucken, ob die Wände wirklich alle im Winkel stehen. Gerade bei so einem Architektenhaus in Fertigbauweise soll es ja besonders schön sein, man will keine schiefen Fugen. Das heißt, man läuft dann rum und prüft, ob hier alles genau passt und in dem Fall war das auch so. Das ist schon mal sehr schön. Wir befinden uns übrigens jetzt hier im Fitnessbereich. Man hat also einmal die Sauna, die man hier nutzen kann. Wir haben einmal hier die Dusche, die man hier nutzen kann für den Saunabereich, den ich euch gerade gezeigt habe. Und wir haben hier drüben den Fitnessbereich, wo wir jetzt mal kurz hinschwenken werden. Und von diesem Fitnessbereich aus kann man dann später auf die Dachterrasse gehen und kann da entsprechend die Sonne genießen bei schönem Wetter. Wir befinden uns jetzt auf einem der Highlights der Baustelle, nämlich ganz oben auf der Dachterrasse. Wir stehen also hier auf einem Staffelgeschoss. Das heißt, das obere Stockwerk ist ein bisschen eingerückt und man kann praktisch rund um dieses Stockwerk herumlaufen. Das heißt, egal wo gerade die Sonne steht, kann man sie jederzeit genießen. Die Dachterreise wird vermutlich noch entsprechend ausgestattet, also mit schönen großen Liegen, vielleicht mit einem Jacuzzi, damit man das hier oben wirklich alles genießen kann. Und ich vermute, der Grill darf auch nicht fehlen. Was ein sehr schönes Highlight ist, ist die große Schiebetür. Man kann also dann später vom Fitnessstudio aus eben ehrlich auf die Terrasse heraustreten. So, und jetzt befinden wir uns hier im Treppenhaus vom ersten Stock ins Dachgeschoss hoch und die Jungs haben wirklich einen guten Job gemacht. Wir gucken immer ganz genau hin, aber auch das Treppenhaus steht super übereinander und da muss man nicht mehr nacharbeiten, sondern das kann später dann einfach entsprechend bearbeitet und verputzt werden. Also richtig gut. Und man sieht auch, wenn man sich jetzt die Fuge von der Treppe anschaut, dass auch diese gleichmäßig verläuft und dass da ebenfalls nicht nachgearbeitet werden muss. Also die Jungs haben einen richtig guten Job gemacht. Was bei dem Anbieter ganz spannend ist, beziehungsweise bei dem Fertighausanbieter, den die Bauherren sich dann ausgesucht haben, nachdem sie ihr Haus haben planen lassen, ist, dass er einer von ganz wenigen ist, der die Wände komplett verleimen, anstatt zum Beispiel zu schießen oder zu verschrauben. Da gibt es keinen wirklich besser oder schlechter, außer ihr habt natürlich auch eine Idee, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, da kann man ja mal ausdiskutieren, wie die Wand am besten gebaut sein soll. Also ich finde es grundsätzlich okay, ein bisschen ökologischer ist, glaube ich, die andere Variante, aber das klären wir dann im nächsten Video. Hier sehen wir jetzt den Verteiler von der Fußbodenheizung, beziehungsweise den Platz, wo er später hin montiert wird. Und hier ist das Schöne, dass er in die Wand eingelassen ist. Es gibt also viele Fertighausunternehmen, die sparen sich das und machen die einfache Variante und setzen das einfach auf die Wand drauf. Ist natürlich ein bisschen günstiger, sieht aber auch nicht so schön aus, weil man dann entsprechend auch nicht so viele Möbel stellen kann, wie man will. Würdet ihr das machen wollen, dass ihr hier ein kleines Möbelstück hinstellt, dann müsst ihr halt gucken, dass zum Beispiel die Rückwand vom Schrank, dass die halt ausgeschnitten ist oder eine Klappe hat, dass man dann diese Klappe rausnehmen kann, wenn man den Schrank öffnet, damit man jederzeit an den Verteiler wieder reinkommt. Und was auch gut ist, und da sollt ihr bei jeder Baustelle darauf achten, ist, dass die Fenster geschützt werden. Also es braucht auf jeder Baustelle irgendwo ein Fenster im Dachgeschoss, damit man auf kurzem Blick aufs Gerüst austreten kann. In dem Fall ist das jetzt in diesem Bereich hier, und die Monteure sind wenigstens hingegangen, haben jetzt hier die untere Schwelle abgeklebt, damit eben, wenn man jetzt Steine oder irgendwelche Späne unter den Schuhen hat, hier keine Macken reindrücken kann. Kann man natürlich auch nochmal einen Dicken besser oder einen Dicken dicker machen, aber so ist es grundsätzlich auch schon mal besser, als wenn gar nichts wäre. Was euch ganz oft auffallen wird, ist, dass ihr irgendwo an irgendwelchen Gipskartonplatten irgendwelche Ecken seht, die rausgerissen sind. Da braucht ihr euch erstmal grundsätzlich keine Sorgen machen. Das sieht erstmal schlimmer aus, als es ist. Jetzt kommt aber das große Aber. Im besten Fall baut ihr natürlich Schlüsselfertig oder habt die Leistung der Maler- und Spachtelarbeiten mit im Umfang des Fertighausanbieters drin. Dann muss der sich auch darum kümmern und muss das alles mit aufspachteln. Für den Fall, dass ihr nur ein Ausbauhaus bauen solltet, oder ihr würdet die Maler- und Spachtelarbeiten selber machen, dann müsst ihr mit dem Bauleiter über eine kleine Gutschrift verhandeln. Warum? Wenn später mal der Gips komplett angebracht ist und ihr habt dann, weiß ich nicht, 20 oder 30 von diesen Macken, habt ihr einen gewissen Mehraufwand. Warum? Ihr könnt nicht ganz normal verspachteln, wie es sein sollte, sondern ihr müsst da erstmal wieder aufspachteln und müsst das ausgleichen. Das heißt einmal, ihr braucht mehr Material und mehr Arbeitszeit. Und das muss man dann entsprechend beziffern. Und hier empfehle ich euch mit dem Bausachverständigen, der euch begleitet, das zu besprechen, eine Summe festzulegen und dann kann man das eben mit dem Bauleiter des Hausbauunternehmens entsprechend verhandeln und mit ins Protokoll aufnehmen. Okay, ein weiterer Punkt, den ich hier sehr gut finde, die Bauern haben sich für ein Fertighausunternehmen entschieden, was jetzt nicht der große Massenanbieter ist, sondern wo man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Und so war das jetzt der Fall gewesen, dass beim Hausaufbau es zwar geregnet hat, die Monteure aber so schlau waren oder auch so gut waren und auch das entsprechende Zeitfenster hatten, sich ein bisschen vorzubereiten und als es geregnet hat, das Haus entsprechend abzuplanen. Wäre es jetzt nämlich so gewesen, dass es hier ins Haus groß reingeregnet hätte, wäre die Dämmung hier oben nass geworden. Wenn man die jetzt zusammendrückt, würde es jetzt hier runtertropfen. Und dann müsste man die Dämmung natürlich austauschen lassen, weil die sehr wahrscheinlich Schimmel ansetzen würde, wenn die Dämmung nass verbaut würde und man dann das mit Gipskarton beplanken würde. Also hier haben die Jungs alles richtig gemacht und Daumen hoch fürs Fertighausunternehmen. Wir befinden uns jetzt hier in einem Duschbereich und ein absolutes Highlight, was ich auch jedem empfehlen würde, ist auf jeden Fall immer diese Duschniche mit einzubauen. Die meisten kennen das schon aus den Musterhausparks oder von schönen Prospekten oder schönen Fotos von den Fertighausunternehmen. Hier seht ihr das jetzt mal, wie es im Rohbau aussieht. Das heißt, es wird praktisch so ein Viereck ausgeschnitten und das wird dann später logischerweise noch komplett abgedichtet und auch sauber gefließt und hat dann den großen Vorteil, man kann sein Duschgill und sein Shampoo ganz normal reinstellen und wenn es irgendwie nass ist, wischt man mal drüber. Man muss aber nicht diese hässlichen Körbe irgendwo reinhängen oder nachträglich in der Dusche nochmal was bohren, um eine Halterung anzubringen, was dann wieder was mit Undichtigkeiten zu tun haben könnte. Also auch das ist ein Punkt, den ich in der Bemusterung auf jeden Fall einkaufen würde, wenn ich sie wäre oder wenn ich ihr wäre, weil es einfach einen ganz großen Vorteil bringt, auch wenn es vielleicht irgendwas zwischen 300 und 500 Euro kostet, je nach Fertighausanbieter. Wie immer, wenn man Architektenhäuser in Fertigbauweise baut oder grundsätzlich Architektenhäuser, ist es ja ganz oft so, dass die Leute sich immer öffnen möchten und möchten helle, große Grundrisse und ganz viel Licht und viel Glas haben. So haben es die Bauhände und der Architekt hier auch gemacht. Wir befinden uns nämlich gerade im Flur und hier hat man nochmal eine riesige Festverglasung mit eingebracht und kann hier nochmal zusätzliches Licht mit in den Flur reinbringen, damit er eben nicht zu dunkel wird. Dasselbe ist auch drüben auf der anderen Seite, dass man wirklich eine richtig schöne Lichtachse kreiert hat. Weiterer Vorteil, man hat es ein bisschen höher gesetzt, also nicht bodentief, dass man hier nochmal eine kleine Bank hinsetzen kann, dass man sich auch mal hier hinsetzen kann, den Blick nach draußen genießen und die Kinder noch eine entsprechende Spielfläche haben. Also auch das sehr schön gelöst. Aber was man noch überlegen sollte ist, ob man das wirklich als Festverglasung auslöst. Man könnte das zum Beispiel auch mit einem Flügel machen, damit man die Scheiben öffnen kann und die Scheiben von außen leichter putzen kann. Ansonsten wäre das jetzt der Fall, weil wir uns hier im zweiten Stock befinden, dass man von außen immer ein Gerüst bräuchte, um die Scheibe zu säubern. Wir befinden uns jetzt hier im Wohn-, Ess- und Kochbereich. Das ist also ein großer, riesiger Raum. Und was einem auffällt ist, dass der Raum komplett stützenfrei ist, obwohl er relativ groß ist. Wie hat man das jetzt gelöst, um diese Spannweiten überhaupt herstellen zu können? Weil normalerweise war das ja von früher immer so, dass man denkt, ein Fertighaus ist immer klein und kompakt und hat viele kleine Räume. Hier ist es aber so, dadurch, dass das Fertighaus in Architektenbauweise komplett frei geplant wurde, haben die Konstrukteure des Fertighausunternehmens mit Stahlträgern gearbeitet. Das seht ihr dann hier oben. Und das ermöglicht einem, dann relativ große Spannweiten herzustellen, damit man eben keine Stützenbrauch oder Wände einziehen muss, um die Lasten von oben nach unten zu bringen. Also das ist eine super tolle Lösung. Wenn ihr wissen wollt, welche Fertighausunternehmen das alles können, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben über kontakt.fertighausexperte.com. Dann schickt euch der Flo gerne eine Liste zu und kann euch sagen, wenn eure Region das zum Beispiel möglicherweise umsetzen könnte. Wir befinden uns immer noch im offenen Koch-, Ess- und Wohnbereich und wir haben eben schon erzählt, dass die Bauern es gerne besonders hell und offen mögen. Deswegen haben die auch diese Treppe hier eingebaut mit den offenen Stufen. Jetzt ist es aber so, dass es auch Bauern gibt, die vielleicht sagen, wir wollen gar nicht so offen bauen oder man hat eine sehr dichte Nachbarbebauung oder das Grundstück ist nicht groß oder man kann vielleicht nicht mit Keller bauen, obwohl er ja eigentlich ganz viele Vorteile bringt. In dem Fall muss man dann gucken, dass man ein bisschen zusätzliche Fläche gewinnt. Und das könnte man zum Beispiel machen, indem man eine Faltwerktreppe bauen würde und würde dann diesen Raum hier unten verschließen und hat dann zusätzliche Schrankfläche gewonnen. Das heißt, da könnte man so Dinge abstellen wie einen Staubsauger oder andere Haushaltsgegenstände, die vielleicht nicht so schön von der Optik her sind und die man dann nur rauszieht, wenn man sie braucht. Sonst meckern wir ja gerne mal in den Videos, aber hier auch nochmal einen Punkt, den ich wieder gut gelöst finde. Die Kollegen, die das Haus aufgebaut haben, haben also super sauber und ermörtelt. Das sieht man jetzt hier, das ist dieser Bereich hier und das macht immer, damit sich die Wände und die Konstruktion später nicht setzen kann, damit der Konstruktion die Möglichkeit genommen werden kann. Und das wurde super sauber ausgeführt. Also nicht nur mit ganz klaren Kanten, sondern man hat das auch vollflächig gemacht und auch hier schon wieder Daumen hoch. Gut gemacht. Und der nächste Punkt, den wir gut finden. Also wir haben jetzt hier eine Box, die mache ich gerade mal auf. Und bei dem Fertighausunternehmen ist es so, dass sie eine wasserdichte Box mit liefern und da auch die Bauarten drin haben. Also das ist super wichtig für den Bausachverständigen und auch für die Monteure vor Ort, dass wenn man mal irgendwas nachgucken muss, was man vielleicht nicht gerade auswendig weiß, man in die Akte gucken kann oder auch sehen kann, wer sind zum Beispiel die Zulieferer, was wurden für Fenster geliefert, was für Heizungsrohre, damit man eben genau explizit prüfen kann, passt alles so wie es soll. Also auch hier kämpft sozusagen das Fertighausunternehmen mit offenem Visier. Finde ich super gut, weil nicht alle so ordentlich ausgerüstet sind oder so ausgestanden sind auf der Baustelle, wie es eigentlich sein sollte. Hier sehen wir jetzt ein sehr schönes Detail, was der Architekt versucht hat, bei diesem Architektenhaus in Fertigbauweise umzusetzen. Er wollte einerseits sehr viel Licht in den Raum bringen, andererseits wollte er aber auch genug Stellfläche kreieren. Das heißt, er hat jetzt hier kein großes Fenster gemacht, sondern hier oben ein Lichtband hingelegt und dann kann man hier entsprechend noch Kommoden hinstellen, damit man wieder ein bisschen Lagerfläche gewinnt, aber trotzdem Tageslicht hat. Also sehr gut gelöst. Und keine Angst wegen der Höhe. Ich habe ja eben schon erzählt, wir haben nochmal einen gewissen Fußbodenaufbau, der hinzukommt. Das heißt, auch normal große Leute können später das Fenster öffnen. Wir sprechen ja heute über Architektenhäuser in Fertigbauweise. Die haben manchmal die Besonderheit, dass sie logischerweise ein bisschen mehr kosten, gerade wenn man mit Staffelgeschoss und Flachdach baut. Man kann es natürlich auch ein bisschen günstiger lösen. Trotzdem ist es so, dass die Bauern auch hier darauf geachtet haben, nicht zu viel Geld auszugeben beziehungsweise zu viel Geld zu verschwenden. Also man kann ja trotzdem gucken, dass man ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Hier hat man das unter anderem so gemacht, dass man zwar eine Eckverglasung kreiert hat, aber dass die eben nicht zusammenhängend ist und man eine separate Stütze braucht, was wieder sehr teuer ist, sondern dass man einfach zwei Fensterelemente gewählt hat, die man ganz dicht beieinander geschoben hat. Und was ich dann auch sehr gut finde, ist dann, dass der Bewusstsein auch nicht vergessen hat, dass man nur einfach eine Festverglasung einbaut, damit man hier eine schöne Eckverglasung hat und die super gut aussieht, sondern man hat hier noch eine Strebe mit eingebracht und kann diesen Raum dann nochmal zusätzlich lüften. Also sehr gut gemacht. Wir befinden uns immer noch im Raum mit der Eckverglasung und dieser Raum wird das zukünftige Büro und auch das finde ich wieder sehr gut gelöst. Man hat die Fenster also nicht komplett bis nach unten gezogen, sondern man hat eine gewisse Wandfläche noch kreiert und die Fenster wieder als Lichtband oben drauf gesetzt. Das bedeutet, wenn man jetzt den Schreibtisch in die Ecke stellt, kann man einerseits schön nach draußen gucken, man hat aber, weil die Eckverglasung sich hier befindet, kein direktes Sonnenlicht, was später auf dem Bildschirm fällt. Und man sieht natürlich auch, die Bauern haben bei der Bemusterung entsprechend Gas gegeben. Man sieht hier eine ganz große Batterie an Steckdosen, damit man auch wirklich später alles anschließen kann. Also vom normalen Rechner über den Drucker, Handyladekabel und was man sonst noch alles im Büro braucht. Kinder abzusichern. In diesem Kinderzimmer hat man das dann so gemacht, dass die Balkontür nicht komplett nach unten geht, damit man mehr lüften könnte oder mehr Luft in den Raum kommt, sondern man ist hier hingegangen und hat eine Querverstrebung eingebaut. Das heißt, wir haben nur im oberen Bereich einen Fensterflügel und es besteht jetzt nicht die Möglichkeit für das Kind, die Tür komplett aufzumachen, dann nach unten zu fallen. Und wäre das so, gibt es natürlich auch gewisse Vorschriften. In dem Fall könnte man das dann zum Beispiel so lösen, dass man hier einen französischen Balkon anbringt. Das könnte dann zum Beispiel eine festverglaste Scheibe sein. Und was ich hier auch sehr gut finde, ist auch wieder ein Tipp für die Bemusterung. Die Bauern haben gleich die Fliegengitter mit bemustert. Das würde ich niemals hinterher machen. Wenn man erst das Haus baut und stellt dann fest, wir wohnen in Waldrandlage oder es ist ein bisschen grün außenrum, dann muss man diese Dinge immer aufsetzen und dann muss man immer praktisch in die vorhandenen Materialien oder ins vorhandene Bauwerk reinschrauben und das ist nie so gut. Ich würde es direkt aus einem System bestellen und bei der Bemusterung direkt mitordern, auch wenn es vielleicht beim Fertighaus anbietet den einen oder anderen Euro mehr kostet, weil er die Fliegengitter nie selbst herstellt, sondern irgendwo bestellt und Aufschlag aufpackt. Dafür ist das aber dann die sauberste Lösung. Also die Fliegengitter immer direkt beim Fertighausanbieter kaufen. So, endlich haben wir mal einen kleinen Punkt gefunden. Wäre ja auch ganz langweilig, wenn wir nichts hätten, wo man gar nichts beanstanden kann. Normalerweise ist es ja so, dass die Fensterscheiben oder die Fenster produziert werden. Dann werden die Scheiben eingesetzt und alles wird dann rundum versiegelt. In dem Fall haben wir aber eine Trockenverglasung. Das heißt, die Fensterbauer des Fertighausunternehmens sind hingegangen und haben hier gewisse Gummis reingedrückt. Und die sollte man auf jeden Fall prüfen. Hier war es jetzt so gewesen, dass in dem Werk des Fensteranbieters einer ein bisschen zu schnell gearbeitet hat und man sieht jetzt, dass das Gummi sich hier unten reindrückt. Und wir haben jetzt hier eine relativ große Kuhle und da muss man das einfach nochmal kurz ausglasen und öffnen und dann wieder entsprechend anpassen, dass man hier eine saubere Kante hat, die auch bündig mit dem Rahmen ist, damit wenn das Wasser kommt, eben nicht da eindringen könnte oder stehen bleibt, sondern ganz sauber Diskussionspunkt sind übrigens, die liest man in ganz vielen Foren, dass sich manche Bauern beschweren, dass der Hammer in die Konstruktion reingeschlagen wird. Wirklich Leute, da könnt ihr locker bleiben, das ist nicht schlimm. Irgendwo müssen die Monteure ihre Sachen hinlegen und die wollen es auch nicht unten im Boden in den Dreck machen und dann haut man halt mal den Hammer rein und hängt auch so ein Werkzeuggürtel auf. Das ist wirklich komplett in Ordnung und ihr werdet das später nicht mehr sehen. Also da könnt ihr entspannt bleiben, das ist nichts Schlimmes. Wir befinden uns jetzt auf der Rückseite des Gebäudes und das finde ich auch super schön gemacht, da hat der Architekt wirklich mitgedacht oder die Bauern haben es ihm halt vorgegeben und haben gesagt, sie hätten das gerne so und der Bebauungsplan hat es dann auch noch erlaubt. Wir sehen hier nochmal so einen Überstand, also das heißt, wenn die Bauern später hier unten auf der Wiese sitzen und sind am Grillen oder machen sich eine gute Zeit und es sollte sich da ein bisschen zuziehen oder ein bisschen anfangen zu regnen, dann muss man nicht eben komplett ins Haus reingehen, sondern kann sich unter den, über den Überstand runter setzen, ist dann immer noch vor der Witterung geschützt, kann aber trotzdem draußen bleiben. Also finde ich super gut gelöst. Die andere Alternative wäre halt gewesen, dass man vielleicht einen Balkon baut, der dann vielleicht vorne abgeständert wäre, dass man sich da drunter zurückzieht und man oben den Balkon nutzt und unten sich vor der Witterung schützt. Aber das ist natürlich hier nochmal ein Highlight. So, wir befinden uns jetzt immer noch im Außenbereich und hier habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für euch, falls ihr ähnlich groß bauen solltet oder ein großes Grundstück habt oder euer Haus in der Mitte des Grundstücks sitzt und ihr außen ganz viel Rasenfläche hättet. Und zwar geht es darum, nicht den Außenwasserhahn zu nehmen oder beziehungsweise den schon zu nehmen, wie er bei den meisten Fertighausunternehmen schon im Standard mit dabei ist, aber einer reicht eben nie. Das heißt, wenn ihr jetzt nur einen Außenwasserhahn habt und ihr wollt die ganzen Rasenflächen später bewässern oder einen Sprenger hinstellen und der muss ja eine gewisse Zeit laufen, damit die Rasenfläche auch nass wird, dann dauert das relativ lange. Also ihr bräuchtet beim Grundstück dieser Größe im Sommer locker vier, fünf Stunden, bis ihr jedes Mal jeden Grasteil oder jeden Grundstücksteil erwischt habt, damit er auch wirklich nass wird. Also hier mein Tipp, nimmt da auch ein paar Euros in die Hand und investiert am besten in fünf Außenwasserhähne. Einen bringt man vorne an der Zufahrt an, falls man da vorne irgendwie ein bisschen ein paar Bäume oder ein paar Büsche stehen hat und die anderen vier Außenwasserhähne solltet ihr an den jeweiligen vier Hausecken anbringen. Das heißt, ihr könnt dann viermal euren Gartenschlauch anschließen, stellt viermal einen Sprenger auf und müsst ihn maximal ein bis zweimal umstellen. Und dann kriegt ihr im Sommer euren Garten halt innerhalb von einer Stunde gewässert und müsst nicht die ganze Zeit rumrennen und weiß ich nicht, die beste Zeit des Tages, nämlich den Feierabend, mit Gießen verbringen oder mit Umstellen. Eine andere Möglichkeit ist, das kostet dann aber noch mal ein bisschen mehr, direkt eine Gartenbewässerung mit hinzu zu bestellen. Das kriegt ihr dann aber nicht beim Fertighausunternehmen, sondern das müsstet ihr dann mit eurem Gartenplaner machen. So, hier hinten sieht man jetzt noch Aushub Mountain. Also man sieht hier einen riesigen Berg. Das wurde praktisch alles aus dem Grundstück rausgeholt, weil hier mit Keller gebaut wurde. Ihr müsst wissen, dass der Aushub, wenn er nicht wieder komplett verfüllt werden kann, später noch abtransportiert werden muss oder irgendwo zwischenzeitlich gelagert werden muss. Habt ihr also ein relativ kleines Grundstück, redet mit euren Nachbarn, ob ihr vielleicht da die Erde zwischenlagern könnt, weil die vielleicht erst ein Jahr später bauen. Wenn nicht, muss halt irgendwo eine Fläche geschaffen werden oder die Erde muss direkt abtransportiert werden. Ist auch nicht schlimm, also das ist ein übliches Vorgehen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, das hat ein bisschen was mit Kosten zu tun, damit ihr euch dafür ein kleines Budget auf Seite legt. So, das war es auch schon wieder mit der Robakontrolle. Diesmal mit ganz wenig Punkten und ganz wenig Mängeln, sondern eher mit vielen Highlights. Ist auch so, wir wollen auch keine Punkte zu oft wiederholen, damit es nicht langweilig wird. Und wir hoffen, diesmal konntet ihr ein paar gute Tipps mitnehmen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne kommentieren. Und ansonsten folgt uns auch gerne noch bei Instagram oder kommt in unsere Bauherrengruppe bei Facebook mit über 20.000 echten Bauherren. Und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel Input und bis ganz bald.